Ich muss mir jetzt richtig Mühe geben. Okay. Gut, was male ich denn? Im März, man kann malen, Alter. Geht mal Radierer. Was will ich jetzt erst? Keck! Holy shit, Mann, euch, das fühlt man mal. Man hat nicht viel Zeit. Denkt, ihr müsst diesmal nur zeichnen, ne? Ihr müsst gleich nichts interpretieren. Hm, okay, ich kann halt nicht malen. Das macht die Sache etwas schwieriger. Ich hoffe, man kennt es. Ich hoffe es auch. Ach, du Scheiße. Okay. Zeit läuft schon, während man sich das anguckt. Okay, what the fuck? Muss jemand hier zum Kinderpsychologen schicken, oder? Ha? Oh fuck, Mann, hat der richtig wenig Zeit. Jesus. Okay, okay, okay. Ja, passt so. Fuck! Was ist das denn? Okay, okay. What the fuck is going on? Wir haben noch weniger Zeit, Leute, ne? Du Scheiße. Alter! Okay, 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 ähm. Bruder. Easy. Ich hatte sogar noch Zeit übrig. Ich bin wieder aufherschen worden. Was war das? Bezeichnungen, Digga. Scheiße. Okay, ich hab nen Teil vergessen. Ähm. Grip. 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 Ich hab den Rest vom Bild vergessen. Oh mein Gott. Ich hab bei den letzten paar Bilder noch Details hinzugefügt. Grip. Grip. Gut, fangen wir mit meinem an. Da hat... Oh mein Gott. Das Kind hat hier ein Eissalon. Es ist runtergefallen. Ey, was macht was die draus? Was will ich? Was hat Marcel aus? Geil. Das war einfach der zweite Schritt. Das sollte ein Eis sein. Ist das eine schlaues Blumen, oder was? Das ist eine Form von Konzert. Abstrahierung, ja? Das müssen wir nicht mehr abstrahieren. Was ist das denn? Was sind denn immer Gelder? Ich hatte mega wenig Zeit und ich habe vergessen, ich habe vergessen, dass die, ich dachte halt, das wäre ein Blumen, ich dachte, die hätte die in der Hand, aber irgendwie. Guck mal, gute Farbkomposition, das ist so ein bisschen Rot, dann Gelb und dann Grün, das sieht alles in Balance irgendwie aus. Sie hat immer noch ein rotes Kleid und gelbe Haare, eigentlich. Ja, das ist... Was ist das, Graue? Keine Ahnung, ich wusste nur, da war irgendwas. Impressionismus. Gut. Machen wir mit Bastis weiter. Was, was, was ist das? Ist das Superman's Kids? Ah, das ist Superman. Ja, oh mein Gott. Ah, das ist immer das S. Ah, ja. Ja, ich habe halt direkt das S vergessen. Hey, ich weiß das raus wie jetzt. Ist ja geil, Alter. Wieso wurde das Rote, der Rote, der Rote nicht gut genommen? Weiß ich nicht. Äh, vielleicht warst du zu lange geworden, bevor du losgelassen hast. Oh. Ich habe auch mal so neben das Gesicht geklickt im letzten Moment. Ich bin ja schön, dass wir das Kind gewhitewacht haben. Genau. Aber, Basti, wie viel Zeit du hattest. Was ist denn da? Also, es wirkt nicht so, als wenn du so viel Zeit gehabt hast. Angefangen habe ich mit Cutman und Stewie. Aber irgendwie habe ich Stewie dann einfach mit roten Kreisen übermalt. Ich dachte, es wäre ein Baby. Was ist das überhaupt? Was ist das? Was ist das? Ach, das ist... Ach, das ist... Okay. Hainsley Harriens. Hier. Olivenöl in die Pfanne gießt. Das habe ich nicht erkannt. Ich auch nicht, aber... Das muss noch ein Amboss sein, Digga. Zu was wird das? Ach so! Oh mein Gott, was? Gut, ich hatte ganz... Ich... Ich finde es schön, wie die Waffe transiert war. Gut, ja. Oha. Richtiges Kunstwerk, Digga. Was ist da los? Ja, Müge geht. Müge! Mach doch den V, ich sie schütteln. Ich habe keine Zeit, ey. Ich habe mit etwas Falschem angefangen. Ich hatte zu wenig Zeit. Jungs, ich konnte mich nicht mehr wissen, wenn ich was da gesehen habe. What the fuck? Da kommt der Skip jetzt. Guckt. Guckt. Das ist doch eine Taube geworden, ja. Aber sie hat auch keine Waffe, ne? Ich glaube, das ist so eine Story, die Taube findet, die Leiche einfach. Aber es ist auch einfach, es ist auch einfach die, es ist eigentlich eine Flagge geworden, einfach. Die Uppert-Flagge. Wie kann die Qualität des Vogels eigentlich erst abnehmen und dann einfach wieder zunehmen? Was ist das? Was wirft der? Eigentlich wollte ich so einen normalen Überfall malen, aber sein Arm ist ein bisschen schiefgegangen. Da dachte ich mir, okay, ist eine Kanone jetzt. Das habe ich bekommen. Also ich meine... Das ist einfach ein Richtig überfall geworden, Junge. Bei mir ist das ein bisschen schiefgegangen. Ich dachte, da wäre in einem Pool. Das hat sich gelässert. Warum ist das einfach... Warum ist das einfach so ein Kleinkind geworden? Vor allem sieht doch aus, als wäre das eingezäunt. Ich weiß nicht, jetzt beim letzten Bild, was da kommt, da habe ich auch Fragen, weil bei uns werden sehr viele Morde einfach dargestellt. True. Okay. Das hat sehr wholesome angefangen, aber naja. Bei mir, ich habe den Boden safe grün gefärbt und safe noch Blut ans Messer gemalt. Das ist... Ich dachte, das wäre... Das ist ein Messer. Ich dachte, das wäre... Nein! Ja, mit dem Rot hätte das dann gepasst. Ich dachte, das wäre ein Papierflieger. Ja. Der Mord ist einfach komplett verschwunden. Ihr müsst das rückwärts gucken, dann passiert der Mord einfach an einem Kind, das Papierflieger spielt. Das ist richtig satanische Botschaft, so. Ey, ich habe wenigstens noch Blumen dazu gemalt. Das ist... Kleingeweide. Teilweise ja, teilweise sind es auch Blumen. Ich habe einfach mal Begon, dann. Abercipen haben gedacht.